So, dann jetzt mal nochmal, bitte? Tja, Aufnahmen abgeworfen. Ja, zwischendrin, ich kann ja nicht, ich hab's im Video gestartet jetzt, aber ich kann ja nicht über dritte Unbeteiligte oder vierte Unbeteiligte. Ja, kein Thema, kein Thema. Kannst ja einfach schneiden. Schneiden, mein Mann, schneidest du doch nicht denn auch noch. Ja doch, aber ich hätt ja permanent schneiden müssen zwischendrin. So, wo soll man jetzt das rein? Ein Großteil rausschneiden. Egal. Ist ja egal, dass das letzte Game nicht raus ist. Wo kommt der jetzt her? Oh, dieser Delfin-Futzi. Das letzte Game haben wir ja eh raus hoch verloren. Ach, ja, ja. Ja, mach mal jetzt ein besseres. Geh hoch, geh hoch. Jawohl. Yes. Dein Arsch gerettet, weißt du das? Okay, jetzt musst du meinen dritten. Ja, ich bin tot. Hey, hier liegen so viele, die wiederbelebt werden wollen. Ey, ey. Ich weiß, da wird mich niemand wiederbeleben. Außer alle Gegner sind tot. Man hatte mich tatsächlich versucht, wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Kill den. Ich glaube, er ist tot. Der sieht mal tot aus. Sei mal, lass raten mir, wie der Lex hat. Was meinst du mit Lex? Hattest du wieder Lex, oder was? Ja, du weißt wie Lex aus, als ob du auf der Stelle läufst, weißt du. Ah, das ist übel, ja, das kenne ich. Alter, sind wir schon hier. Aber weißt du, ey, das geht ja verdammt schnell. Wie sehen wir denn so schnell? Helf mir den Teleporter zu verteidigen. Ja, ich bin hinter dir. Oh. Ja, wo ist der Teleporter? Ah, der ist nicht da. Der ist auf der anderen Seite. Boah, den hast du aber abbekommen. Ja, der Typ geht mir übel. Ist auf den Sack, ey. Komm her, ich halte dich. Aber du bist ja schon dort. Na, hallo. Ach, da, da oben. Boah. Ach, jo, oh, mir ist so 3,5, 4,5. Dieser Honeycake Horse, der hat mich schon dreimal gekillt. Das geht ja ab. So, diese eine blöde Aufgabe war mir jetzt so doof mit den Pflanzen. Wahnsinn, hab ich jetzt mal übersprungen. Stimmt, man kann die Dinger sind, wenn du da springen. Wenn's vergisst. Boah, hast du was gesehen, ey. Alter. Pass auf. Nice. Boah, ist noch wieder. Das hat ein vielvollziehen. Alter. es gibt dann in dieser ingenieur schon wieder einfach so geil wenn du an kartoffelminen vorbeilaufst und weißt du auf dem pflanzenteam bist kennst du einen weg um wissensschaftler zu killen weil die ja nahe chatten haben die direkt vor dich stehen so keinen guten sonst würde ich die viel öfter killen ich mag ich muss sagen das spiel ehrt mich an team fortress 2 kennst du das ja kenne ich ja ist auch so ähnlich es ist wie eine ea-vision von team fortress 2 nur mit viel weniger klasse schade aber das ist was 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 wie gerade gesagt hat ich finde es ein stark stück es gibt echt so leute das prüfen wir auch alles bevor wir irgendwas machen weißt du es hat schon seinen grund ich habe mich ja voll korrekt verhalten ich habe ja nix in der art gesagt weißt du immer schön sachlich ist eh immer am besten so wo bist du ich sprenne und auf dem dach wo wir davor den einen typen gejagt haben weißt du noch jetzt sagen die uns aber heftig jetzt habt ihr den fiel typen endlich alter endlich und hätte ich dir jetzt sowas von verdient und meine güte es gibt doch wie viele sind denn die die sind genauso viel wie mir das könne gar nicht sein ich glaube die haben aber alle höheres level die haben 313er dabei aber wir auch ich meinte im durchschnitt ja aber auch im durchschnitt es kommt ja immer dran wie du spielen kannst wir spielen ja normalerweise nicht schlecht aber da kommen auch überall kugeln her du siehst nur gelbe rote grüne spuren einfach quer durcheinander ich kann da gar nicht mehr auseinander halten was wir jetzt schießen und was die schießen vor allem wenn die eine andere unterklasse spielen sind die noch anders farbig guck mal ich bin nehm deine pflanze wieder rote grüne sparen es geht hin einfach mal wild in die menge feuern drei gegillt aber ich bin nur mal Das mache ich immer wenn so eine Giftvolk auf dem auf unserem Stützpunkt ist und die Gegner da sind. Reine zu ziehen. Einfach reinschießen. Einer steht direkt rechts um die Mauer. Wo komme ich denn jetzt rein? Also als Sonnenblumen, wenn man als Sonnenblumen hat, das ist schon gut, weißt du? Ich glaube die Sonnenblumen sind besser als wir jetzt in der Runde. Auf der anderen Seite müssen wir nur noch ein paar Sekunden durchhalten. Das stimmt. Mist, du hast recht. Das letzte Mal war es genauso knapp. Mist. Ich habe einen gekillt und bin durch die Verbrennung gestorben. So wie gewonnen sind zerrommen, weißt du? Mist. Einfach auf dem Stützpunkt bleiben. Du kannst ja nicht einnehmen, wenn nur einer da ist und zwei Pflanzen da sind. Bleib stehen. Ab dich. Wow. Oh, zehn Sekunden noch. Einmal in die Menge schießen, oder? Wieder mindestens einen. Ich auch. Ich habe zwei. Oh ja, das ist so knapp. Komm schon. Jawoll. Das war eine witzige Runde. Jetzt mal ohne Witz, beim ersten Mal haben wir verloren, ja. Und da habe ich über 9000 gekriegt, jetzt habe ich nur 7200. Oh, ich bin, was bin ich? Wo bist du denn? Meister 1. Oh, bei meinen Legs, ey. Ich bin voll stolz auf mich. Oh, ich schiebe die Hände auf die Legs. Die ganzen Zombies sind gerage critet. Jetzt unsere auch. Warte, siehst du das? Der 300er bei uns. Ja. Sag bloß, der hat einen Clan. Es gibt Clans in Plans versus Zombies, die sollen die mich verarschen. Mit Sicherheit. Ne, Mann. Jetzt werden die Teams ganz neu gemischt, glaube ich. So wenig wie jetzt drin sind. Mal schauen. Oh, ich habe eine Verbesserung für meine Sonnenblume. Geht doch. Wenn es Tag ist, dann mit die Latte Geschwindigkeit erhöht. Geht doch. Ey, das ist cool. Nicht schlecht. Muss halt wirklich nur Tag sein, weil manchmal spielt man ja auch in der Nacht. Ja, Fotos und Hazeln. Boah, also ich habe es noch nie geschafft als Zombie das hier einzunehmen. Da musst du aufs Dach, gell, da ist auch ein Garten. Was? Ah, ja, richtig. Ich habe es noch nie geschafft als Zombie hier zu gewinnen. Dann sagen wir doch jetzt einfach mal an und gewinnen als Zombie hier, oder? In der Tat. Ist auch Zombie, gell? Ja, klar. Ja, klar. So, auf, die Tore sind ja noch zu. Ach das. Wir laden jetzt auf und dann schießen die Tore rein wie sonst was. Okay, unsere Teams sind ein bisschen klein geworden, guck mal. Ein wenig. Na ja, dann gucken wir mal. Wir haben es höhere Durchschnittslevel. Vielleicht, ja, vielleicht gewinnen wir das sogar, ey. Da kommt ein Schnamper. Ich sehe ihn. Wir knippen dich ein, hochfliegen. Sehr guter Junge. Das hat nicht gereicht. Trotzdem. Der war zu, der war zu lange unterm, unterm Boden. Ich war wieder auf dem Boden bis, als ich gelandet bin, war er immer noch, als gelandet bin, war er immer noch im Boden, deshalb, das hat nicht gut funktioniert diesmal. Ja. So, mit. Oh, das ging, das ging schnell. Die Map hier ist perfekt für diese Erbsenviecher da. Wenn man hier so viel rumhüpfen kann. Bin hinter dir. Ist auch da drin fast reingelaufen. Naja, geht. Wo müssen wir hin? Ich hab hier... Ich bin hier ganz selten, wo ich hier wirklich mal spiele. Oder, ja, das war schon wieder. Ich hab keine ZP. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Nein. Es war doch nicht ready. Es war nicht ready. So. Dann nochmal aufs Neue. Wo müssen wir hin? Da, da saubern. Äh, geh, geh rechts durch diese Wohnung. Rechts durch die Wohnung. Wenn nicht am besten. Ja. Dann kommst du direkt zum Spawn. Ja, okay, dann. Geh ich rechts durch die Wohnung. Ich hab dich warten. Ich warte auf dich. Musst du nicht, musst du nicht. Oh, ist die Pflanze. Ich bin auf dem Weg. Tod. Also der Gegner. Wäre Ario. Ah, das ist der Teleporter sogar in der Wohnung. Hi. Rechts. 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 Hinter dir. Ich hab den Schnabber. Oh, geht einfach wieder auf die Straße raus. Richtiger Genius. Ach, du warst da oben drin? Egal. Ja. Naja, ich hab den Schnabber hab ich ja schon gekillt. Die Pflanze sind grad bisschen in der Unterzahl. Oh, jetzt hat mich diese blöde Bombe getroffen. Obwohl ich nix da, obwohl ich weit davon weg war, meine ich. Hab den Schnabber gekillt. Hab den Schnabber gekillt. Bin trotzdem gestorben. Egal, was. Bin tot, aber zwei Viecher gekillt. Wir sind auf dem Weg, bin auf dem Weg. Gleich da. Ich bin schon tot. Wem bringe man mit als Verstärkung? Schau mal ihn hier. The Fluggenman. Fluggenman. Bist du rechts? Soll ich rechts? Komm. Komm rechts. Oh, der Schnabber. Oh, Leck. Ich riss dich. Komm her, mein Freund. Ey, dieser Schnabber geht mir gerade sowas von. Wo ist der? Da ist der Schnabber. Ach ne, ich bin in der Falle. Ich bin in der Falle. Mist, 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 Mist. Der Schnabber ist Level 110. Kein Wunder, dass der so gut spielt. Alter. Der hat extra gewartet, bis ich meine Tackle-Attacke mache. Da hab ich eingegraben. Ich hab meinen Fuzzi gekickt. Und der hat mich schon im Mund gehabt. Und da ist mein Fuzzi explodiert. Und ist gestorben, der Typ. Das war sowas von knapp, ey. Alter, war das knapp. Das glaubst du nicht. Ich bin hinter dir. Pass auf, der Typ. Ach Mist. Ab ihn. Der war noch 40 zu leben. Komm, greif mir den Stützpunkt an. Ich hab dich gerecht. Und denke ich. När du! Darf mal funktioniert. Ich glaub an dich, echt dein Mann, weiter geht's hier. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Boah, guck mal, wir haben sogar einen Teleporter, ich wie jetzt wird gelaufen. Fünf Leute, aber eigentlich ein Ingenieur hat einen Teleporter. Ein riesen Wisschen da oben drauf, siehst du das? Boah, diese Atombomben, ey, jedes Mal. Ah, jetzt hat der mich, Mist. Jetzt hast du mich wieder gerichtet, oder was? Ja, so siehst du aus, so macht man das. Ich davor, ah ja? So nicht meinen Schnabberfreund, so nicht meinen Schnabberfreund. Vollgerechnet hab ich ja auch schon davor gemacht. Boah, wie geil, du gehst aus dem Teleporter raus und siehst direkt erstmal diesen Arsch von diesem Ingenieur. Ach, du bist schon dort, warte, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ah, ich hab einen gekillt. Verdammt, 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 verdammt. Und das war noch nicht mal der Schnabber, den ich gemeint hab, der mich gerade ange... Oh Mann, jetzt hab ich einen wiedergeblebt, dafür bin ich gestorben hier. Ein Volksheld. Ich will den Titel sagen. Was würden wir ohne dich tun? Ja komm, ich hab mich geopfert, um anderen All-Star wieder zu bleiben, ja, was... Das hätt's nütz gemacht, gell? Ey, wie hat denn die mich gerade... Wie hat denn die mich gerade... Oh Mann! Wie viele Schnappers sind hier noch unterwegs? Kann sein, dass... Dass jeder Zeile des Spielers hier ein Schnapper ist? Na egal. Ey, ich glaub, wir gewinnen das doch irgendwie. Oder? Ah, ich bin grad gestorben. Pass auf, der Schnapper, der gute Schnapper kommt wieder. Wie kommt er unter die Zeppe durch? Kannst du mir das mal erklären? Naja, das... Ich hab auch erhöht gestanden, um... Er ist einfach die Treppe hoch... ...in der Erde. Der ist die Treppe... Ich glaub, das sah so knüppelig aus. Da ist es direkt in die Falle gesprungen. Besser geht's doch nicht. Wollt mich wieder gerückt, vielleicht? Was geht bei dir ab, ey? Geh mal hin! Jawoll, wir haben's Ziel. Super! Schlagt tot in der Zone, da stand ne Ziele oben. Tausend... äh... Münzen dazu. Perfekt. Ach, jetzt hab ich mich grad... äh... Hab ich grad respawnt, nur wollte mich jemand heilen. Das ist blöd gelaufen. Wie viel Level sind denn das noch? Bis zum Letzten. Ich weiß es nicht. Ach, da ist er schon wieder. Schießen ab! Oh... oh... Direkt vor deiner Nase, Macher! Wo bist du denn? Äh, jetzt hat mich ein Schnapper gefressen. Ah, den Stützpunkt kenne ich. Den kommt mal als Sonnenblume richtig gut dafür. Oh, den Letzten schlagen wieder zu. Ach, Mann! Gerade, wo's so gut läuft. Ach, ein Spieler gekillt, der nächste killt mich. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die stehen da mit... Und vor allem mit diesen... Mit diesen, äh... Pflanzenkübel, die die ja zusätzlich noch haben. Das ist... Wenn du da nur noch wenig HP hast, dann kommst du an so einen Pflanzenkübel vorbei. Ich hab einen perfekten Sniper-Spot gefunden. Ja dann... Gib ihn! Ja, ab so einen. Okay, zwei. Riese Plasma-Fuzzis. Aber immerhin, das ist so eine Position, da kommt kein... Äh... Schnapper hin. So, jetzt mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Oh, ich komm jetzt runter. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, ich kenn diese... Das Ding nur aus der Pflanzen-Perspektive. Ja. Okay, langsam füllt sich der Server wieder. Mhm. Aber wenn wir das schaffen... Weil das ist der schwerste Spot. Denk ich jetzt mal. Boah, da spott man ja extrem weit hinten, wenn man stirbt. Das Teleporter, oder? Wir haben einen Teleporter zum Glück, ja. Wir haben einen Teleporter zum Glück, ja. Für den ist auch ein Titelstank. Ja klar, es gibt Punkte fürs Team, für mich schon klar, aber... Es fehlen dann zwei Leute wieder da vorne. Ja. Das stimmt. So nix. Enttäuscht mich nicht. Jetzt, oder nee. Zudem ist, die können sich hinter diesen einen Van verstecken. Die Pflanzen. Leute, viel Zeit haben wir nicht mehr. Leute, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Komm, dann komm, dann komm, dann komm, dann komm, dann komm, dann komm. Ach man. Das ist einfach auf die Fläche, egal ob wir sterben. Ey, habt zwei gekillt. Komm schon in der O-Bahn, komm schon in der O-Bahn, ohne zu sterben. Leute, nehmt das ein, nehmt ein. Ich stell überall, ich stell Schild zu mich herum. Ah, Mist. Ach man. Ach, schade. War aber knapp. Was war die Flamme noch gefehlt? Ja, das war erst die Hilfe. Ja, das geht, glaub ich, noch ein gutes Stück weiter. Alter. Ich hätte das gern mal weiter gespielt. Ja. Wir haben uns geschlagen. Oh, guck mal, der 300 irgendwas, der ist raus bei uns, der ist gar nicht mehr da gewesen. Mhm. Ich fand auch so, bis zur Hälfte vom Spiel haben wir uns gut geschlagen, bis es dann wieder verhältnismäßig mehr Pflanzen als Zombies waren. Irgendwann waren es ja wieder 3, 4 Pflanzen mehr als Zombies. Bis zром. Mmh. plan. legislator. Das war's. hast du da?